Hallo und willkommen bei der Alben Revue. Nur ein Jahr nach Rastakrautpasta nahm das ungewöhnliche Duo Möbius und Plank ihre zweite Studioplatte auf. Sie erschien 1981 unter dem Titel Material. Oder Material, wenn man so will. Ähnlich wie schon bei Rastakrautpasta setzt man hier auf minimalistische Ideen und eine gewisse musikalische Kernigkeit. Erneut ist aber auch ein augenzwinkernder Humor an Bord. Das wird bereits bei dem Eröffnungstrack Konditionierer deutlich, dass mit einem soliden Post-Punk Schlagzeugbeat anfängt und einer straffen Tanzmusik E-Gitarre. Doch nur paar Takte später werden die Zuhörer von einer psychedelischen Tirade aus Slide-Gitarren-Effekten überrollt, die dem ganzen Stück eine gänzlich absichtliche groteske Note geben. Es besteht für mich überhaupt kein Zweifel daran, dass das hier ein mundwinkelzuckender Querverweis auf die neue deutsche Welle ist. Ich kann mir geradezu vorstellen, wie beide Musiker vor sich hingegrinst haben, während sie hier immer weitere Tracks und Overdubs aufnahmen. Ein Track wie Infiltration besticht durch seinen etwas verschwommenen Aufbau, der das Ohr ein wenig rätseln lässt, was man da eigentlich gerade hört. Erneut spielt hier Conny Plank einen herben Bass und eine etwas extravagante E-Gitarre, die von den Synth-Effekten von Möbius überlagert wird. Wie schon bei Rasterkrautpasta ist der Sound manchmal geradezu atonal oder zumindest recht disharmonisch. Doch die beiden Soundtüftler verpacken das Resultat stets in einer Weise, die das Hören solcher Passagen nicht zu einer Qual macht. Im Gegenteil, es ist mehr ein Heben der Augenbrauen und eine geschärfte Aufmerksamkeit, die bei einem Track wie Infiltration entsteht. Das Stück Tolkün ist eine stachelige Synthesizer-Orgie. Hier können wir noch einmal das analoge Lupen von Synth-Sounds erleben, bevor einige Jahre später Computer wie Atari ST und digitale Sampler wie der AKI S1000 diesen Job übernehmen würden. Ähnlich wie bei Rasterkrautpasta hat auch Material in 2010 eine exzellente Wiederauflage durch Bureau B erfahren. Erneut mit neuen Liner Notes von Asmus Tietchens, einem musikalischen Weggefährten von Cluster und Harmonia. Ich möchte hier einige Zeilen aus seinen Liner Notes zu diesem Album vorlesen. Möbius und Planck schaffen mit Material eine elektronische Musik, die in dieser grenzüberschreitenden Radikalität aus Deutschland kaum zu erwarten war, selbst nicht von Cluster oder Harmonia. Andererseits ist das Album aber auch kein Abklatsch der zu selben Zeit so wichtigen New Wave oder Industrialmusik. Material ist im allerbesten Sinne des Wortes stillos, soll heißen, gängigen Stilen nicht zuzuordnen. Insofern gehören Möbius und Planck in die lange Reihe der Musiker und Komponisten, die sich ab ungefähr Ende der 70er Jahre überhaupt nicht mehr darum scherten, in welche stilistische Kategorie ihre Musik wohl passen würde, die Experimente nicht mehr als wagemutig oder halsbrecherisch ansahen, sondern als selbstverständlich. Denn auch im Untergrund, man sagte damals Underground, der Popmusik hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt doktrinäre Tendenzen herausgebildet, die nun aber ab Ende der 70er in Frage gestellt wurden. Sogar die vergleichsweise musikalisch heile Welt von Cluster und Harmonia geriet dabei ins Fadenkreuz. Vieles war in Bewegung geraten, eine neue, unerhörte Musik wies den Weg in die Zukunft. Der Umbruch in die anfangs verwirrende, dann aber als Befreiung empfundene Vielfalt war vollzogen. Möbius und Planck leisteten ihren Beitrag zu einer neuen Entwicklung, von der man vor 30 Jahren noch nicht so recht wusste, wohin sie führen würde. Alben wie Material machten nicht nur anderen Musikern Mut, eine neue Musik zu machen, sondern auch den Hörern eine neue Musik zu hören. Material wartet mit vielen spannenden Entdeckungen auf. Dies ist eindeutig keine Platte, bei der man vorhersagen könnte, wie das nächste Stück klingen wird. Ein wenig vermisse ich hier zwar den Charme von Rasta Kraut Pasta, denn dieses Album setzt mehr auf Experimente und sonische Klangwelten. Es ist also explizit eine Spur anstrengender. Das macht es sicherlich nicht schlechter, nur eigenwilliger, was irgendwie auch verdammt cool ist, denn diese beiden Typen scherten sich nicht darum, was die Kritiker sagen würden. Und das bewundere ich. Mein persönliches Highlight hier ist eindeutig der letzte Track mit dem Titel Nordöstliches Gefühl. Nach all den Synthesizer-Experimenten und Guitartreatments der vorangegangenen Stücke wird hier der Zuhörer recht sanft abgesetzt mit einem sphärischen Track, der einen gemächlichen, aber sehr spannenden Aufbau hat. Das sind sanft klingende sieben Minuten, doch mit einem dramatischen, geradezu emotionalen Verlauf. Ich gebe hier 3,5 Sterne. Dieses Album hat mich nicht so in seinen Beschlag genommen wie Rasta Kraut Pasta, dennoch ist es ein solides und durchaus faszinierendes Werk, das allerlei interessante Entdeckungen verspricht, wenn man sich darauf einlässt. Die besten zwei Stücke hier sind für mich Infiltration und nordöstliches Gefühl. Hört doch einfach mal rein, ihr Spotify-User. Das war Material von Möbius und Planck aus dem Jahr 1981. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017